und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundesgepflegten klemmersteinbaus falls ihr heute im hintergrund ein paar rallye sportgeräusche hört und vor allen dingen aufjaulende motoren dann tut mir das natürlich leid aber ich kann euch schon mal beruhigen ich bin nicht neben eine rennstrecke gezogen sondern die fahrzeuge sind zu mir gekommen das ist aber auch gar nicht schlimm denn heute sind wir thematisch von der rallye gar nicht weit entfernt denn wir haben hier den audi 90 quattro im saar gto die einen würden sagen die gute zeit des rallye querstrich rennsports andere würden sagen dieses auto hat den amerikanern ja mal richtig den hintern versohlt und den quattro antrieb besser promotet als wohl alles was man sonst hätte machen können dieses set von mega aus der hot wheels reihe mit 973 teilen die hr y 20 wollte ich schon sehr oft kaufen habe es dann aber nicht gemacht hat mir aber immer geschworen irgendwann liegt dieses set bei mir auf dem bautisch und jetzt wie es der zufall so wollte habe ich auf amazon nach mega sets geguckt und da gab es dieses set für um die 50 euro es war dann auch relativ schnell ausverkauft so dass dort jetzt steht dass man da sieben monate warten muss aber ich habe zum glück vorher noch zugeschlagen und deshalb liegt dieses schöne set heute hier auf dem bautisch ich freue mich riesig darüber die verpackung ist eher zurückhaltend gestaltet komplett schwarz erinnert sehr an die dänischen sets wir haben noch ein paar streifen reingemacht aber trotzdem finde ich dort wäre designmäßig noch ein wenig mehr drin gewesen was natürlich ein kleines highlight darstellen soll ist das hot wheel das wir ja auch noch mal mit dabei haben hier muss ich aber zugeben die qualität von dem hot wheel gefällt mir nicht wirklich ich habe hot wheels qualitativ hochwertiger in erinnerung nun denn heute soll es aber natürlich vor allem um das klemmer stein modell gehen auf der oberseite haben wir auch noch mal das die cast modell und die zwei nebeneinander stehen auf den seiten gibt es nicht so viel interessantes zu sehen meiner meinung nach auf der rückseite sehen wir dann noch mal die cast modell neben dem klemmer stein modell wir haben ein paar detailbilder vom klemmer stein modell und auch noch mal die hr y 17 und 18 gezeigt auch meiner meinung nach sehr sehr coole sets und ich kann schon mal sagen den bone crusher habe ich auch den werden wir uns auf jeden fall auch mal zusammen anschauen das spannendste finden wir aber natürlich im karton und dementsprechend machen wir das ganze jetzt auf und schauen uns zusammen die anleitung und die teile tüten an dieses mal schauen wir uns als erstes zusammen die anleitung an denn ich kann euch sagen so muss eine anleitung eigentlich bei jedem lizenzmodell sein hier wird das set und auch vor allen dingen das vorbild noch mal zelebriert und das freut mich sehr ich finde schon mal dieses foto richtig richtig gut auch hier ein schwarzer hintergrund sehr sehr schlicht an sich gemacht aber das set hier noch mal sehr schön eingefangen die ganze anleitung ist geklebt aus einem hochwertigen papier da gibt es also gar nichts zu meckern und wenn wir das aufklappen dann geht es nicht sofort los mit dem bau sondern wir haben hier noch mal die geschichte des fahrzeugs in kurzen sätzen beschrieben wir haben noch mal ein paar schöne bilder vom set und eben vom echten vorbild wir haben das ganze natürlich mehrsprachig wenn wir das ganze umblättern haben wir ein paar fahrzeugdaten vom echten fahrzeug gegenübergestellt mit den daten des sets das finde ich sehr sehr schön gemacht auf dieser seite haben wir dann noch ein paar fakten und hintergründe allein wenn ich hier bei fahrer hans juarim stuck lese bin ich richtig richtig glücklich und wie gesagt so muss meiner meinung nach die anleitung eines jeden lizenzmodells aussehen erst danach kommen wir zum bau die anleitung ist wie wir das von mega gewohnt sind es wird nichts ausgegraut sondern alles weiter in vollfarbe dargestellt am anfang werden dann gezeigt welche tüten wir brauchen wir kommen dann gleich noch zu dem tüten nummerierungssystem und wir haben eine farb codierung wo die teile dann aufgesetzt werden und nach insgesamt 220 bau schritten ist das fahrzeug dann fertig auf der nächsten seite noch einmal liebe zum set damit bekommt man mich einfach und dann geht es noch mal weiter mit liebe zum set dann kommt noch mal ein kleiner werbeblock er sei mega auf jeden fall gegönnt und zu guter letzt kommen wir noch zur teile liste haltet euch das video wie immer gerne an der stelle an die euch am meisten interessiert und vor allem achtet mal darauf wie viele prints alleine in dieser teile liste gezeigt werden das ist schon wirklich der hammer und dann sind wir auch schon am ende der anleitung angekommen bei seite 147 auf der rückseite da muss ich sagen da wäre gestaltungsmäßig noch ein wenig mehr drinnen gewesen und die teile tüten sind nicht nach bau abschnitten durchnummeriert also man benötigt dann mehrere teile tüten für einen ich nenne es mal bau abschnitt insgesamt haben wir 18 solcher markierten teile tüten dabei am anfang fangen wir mit der teile tüte 1 und 2 an es ist jetzt nicht das abgefahrenste design ist es aber auf jeden fall zweckmäßig über die steine qualität reden wir wie immer während des baus ich mache mir bei mega da aber keine großen sorgen ich freue mich riesig auf den bau fang jetzt auch anzubauen werde mich wahrscheinlich jetzt zusammenreißen müssen dass ich das ganze ding nicht in einem rutsch zu ende bau und euch auch noch zwischendrin etwas zeige ich werde diesen bau richtig zelebrieren ich hoffe das set kann meine erwartungshaltungen hier irgendwo bestätigen und wir sehen uns dann nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und das erste mal sehen wir uns nach dem 56 bauschritt und damit nach vier tüten wieder steine tüten steine tüten auf jeden fall haben wir schon die ersten prints am fahrzeug verbaut denn wir haben den beginn vom heck schon ausgestaltet und ich finde das sieht ja schon mal richtig richtig gut aus die prints sind auf jeden fall von ordentlicher qualität besonders das rot auf dem weiß ist bei mir zumindest bei diesen zwei steinen hier ziemlich gut gelungen das schwarz natürlich auch das weiß auf schwarz zu drucken ist natürlich eine schwierige sache und das sieht nicht ganz so gut aus wie die anderen prints damit kann man aber sehr sehr gut leben keine frage die anleitung hat bisher überhaupt keine fragen aufgeworfen und wir haben hier noch wirklich schon schöne details reingebracht die sitzaufnahme ist gebaut wir haben auch schon zwei pedale dabei und ihr seht das vielleicht wir haben hier nicht einfach nur normale dunkelgraue steine sondern wir haben diese coolen flake steine von mega und die gefallen mir gerade bei einem fahrzeug immer mega gut also ihr seht schon ich habe sehr sehr viel spaß mit diesem set ich hoffe das bleibt weiterhin so und wir sehen uns nach den nächsten wichtigen bauschritten wieder bauschritt 113 ist vorübergezogen wir haben die achte steine tüte damit hinter uns gehen also zumindest von der steine tüten anzahl mit sehr sehr schnellen schritten auf die halbzeit zu das ganze macht bisher immer noch sehr sehr viel spaß trotzdem habe ich jetzt auch schon ein paar kleine kritikpunkte ich fange aber erst mal mit dem positiven an denn wir haben bei mega wie wir das kennen etwas härtere steine aber sie haben auch eine hohe klemmkraft das kommt dem ganzen hier sehr zugute denn auch die ganze konstruktion ist stabil wir haben gerade bei den wänden die wir ja hier wirklich sehr geradlinig hochziehen sehr sehr viele verstrebungen so dass das super stabil ist also hier kann man zumindest in diesem stadion überhaupt nichts kaputt machen wir haben keine türen in dem fahrzeug das zeichnet sich jetzt schon ab und das finde ich schon etwas schade denn ein ähnliches problem haben wir auch beim heck wir haben ja beim heck doch schon schöne details gebaut und diese werden komplett unter dieser baugruppe hier versteckt die ist auch nicht klappbar so dass man diese details später nicht mehr sehen kann ich meine ich finde es auch cool wenn wir details bauen und man weiß dass man die gebaut hat und sieht sie später nicht mehr bin aber eher ein fan davon wenn man schon wirklich tolle details baut dass man diese später auch noch einsehen kann der sitz gefällt mir auf jeden fall ziemlich gut das wirklich in einer schönen stellung das dritte pedal ist auch noch dazu gekommen und das sieht doch schon mal für den innenraum des rennwagens sehr vielversprechend aus was mich dann ein wenig stört sind die angusspunkte die sind sehr sehr offensichtlich gerade natürlich bei den dunkleren teilen aber das mega ja nicht der einzige hersteller der da zu kämpfen hat und die roten drucke sind zwar an sich sehr deckend und schön auf dem weiß aber sie treffen nicht hundertprozentig die steine farbe und das problem ist dass wir auch noch unter den steinen rot farbabweichungen haben und deshalb haben wir hier mit dem druck zusammen vielleicht drei bis vier farbtöne was gerade unter studio licht sehr auffällt ich hoffe dass das genauso wie die farbabweichung die wir bei den weißen steinen haben wir haben jedoch mehrere farbtöne drin aber auch dass ein problem mehrerer hersteller nicht am ende beim fertigen fahrzeug zu sehr auffällt wie gesagt trotz alledem bisher ein sehr cooles set ich hoffe das bleibt so und wir sehen uns nach den nächsten wichtigen bauschritten wieder bauschritt 177 und damit 14 bausteine tüten haben wir schon geschafft und es geht schnellen schrittes auf das ende zu ich kann euch sagen ich werde ein bisschen traurig sein denn das ganze hier ist wirklich ein set das auf vielen ebenen einfach einzigartig ist das heißt nicht dass es fehlerfrei ist ich werde wie immer auch oft die fehler eingehen aber dieses set ist dann einigen stellen einfach bemerkenswert sei es der detailgrad wie dass wir wirklich vom motor bis zum auspuff für die rohre durch das fahrzeug verlegt haben sei es der motor an sich der wirklich super super schön gestaltet ist für den maßstab und auch detailliert daher kommt sei es allein diese armatur die hier toll schräg reingebaut wurde wirklich detailgetreu ist und es sind eben wieder alles prints und prints sind hier generell so ein thema ich meine hier ist alles geprintet aber die menge an prints ist schon der wahnsinn das ist ein geprintetes teil das 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 sind alles einzelne teile und der übergang sitzt aber perfekt das ist wirklich bemerkenswert zugegebenermaßen wir haben hier wieder den übergang von stein zu print und da ist es nicht so gut gelungen vom farbton mir gefällt der farbton des prints deutlich besser als der vom stein denn der ist eher blasser ich mag ein schwarz wirklich kräftig schwarz mehr aber darüber kann ich hinweg sehen und wenn wir uns nur auf dieser einen seite diese ganzen prints anschauen das ganze haben wir auf der seite auch noch mal und das ganze wird auch nicht symmetrisch gebaut wir haben wirklich auf jeder seite ein paar einzelheiten die anders gebaut werden wenn wir dann die front bauen auch diese ist natürlich noch nicht komplett ausgestaltet aber auch hier vom detailgrad diese steine sind innen bedruckt damit es schwarz aussieht es sind weiße steine die innen bedruckt wurden überlegt euch mal was da für eine detailverliebtheit in dieses fahrzeug reingeflossen ist und da muss ich sagen deshalb ist mega auch einfach der perfekte hersteller für ein set das genau dieses fahrzeug hier darstellen soll denn es ist ein legendäres fahrzeug also jeder der irgendwo kontaktpunkte mit audi und seiner alten rallye bzw renngeschichte hat kennt dieses fahrzeug und viele lieben dieses fahrzeug und den designern von diesem fahrzeug kaufe ich zu 100 prozent ab dass diese auch dazu gehören und eben genau dieses fahrzeug hier lieben und das ist so ein gefühl was ich bei vielen lizenz sets nicht mehr habe aber bei diesem set ist es der fall und das macht mir so so viel freude und dann sind solche winzig kleinen fehler wie die farbübergänge oder die angusspunkte komplett nebensächlich die steine qualität mega typisch super super gut bis auf die abstufung in weiß ton aber mir gefallen die flakes einfach so gut ich habe euch die auch vorhin schon gezeigt und das macht einfach bei so einem fahrzeug sehr viel her ich kann es kaum erwarten weiter zu bauen und macht das dementsprechend auch alle 220 bauschritte und damit auch 18 bausteine tüten haben wir nun hinter uns gebracht und endlich steht der audi 90 quadro imsa gtu vor uns und ich habe mich in dieses set verliebt ich sage es euch ganz ehrlich ich habe während des baus ja schon meine kritikpunkte benannt und sie sind genau gleich geblieben es ist wirklich nur so dass hier vorn und hier hinten einfach die druckfarbe nicht hundertprozentig zu den steinen passt und wir leichte farbabweichungen im weiß haben das ist aber alles zu vernachlässigen sonst gibt es an diesem set meiner meinung nach keinen kritikpunkt der wirklich schwerwiegend wäre im gegenteil wir haben so so viele prints in einer tollen qualität ohne übergänge es ist einfach so viel liebe in diesem set ich kann fast nicht mehr dazu sagen dieses set ist für mich designmäßig und generell umsetzungsmäßig mit das beste was man aus diesem fahrzeug rausholen konnte was bei so einem legendären vorbild ja wohl das größte kompliment ist und jetzt am ende kam auch noch ein paar highlights und feinheiten dazu die dieses set für mich noch genialer machen als das worüber wir ja schon gesprochen haben ich finde zum einen das spoiler formteil richtig richtig schön ergänzt das heck perfekt die räder und vor allem die felgen sind ein echter hingucker auch ein highlight dieses sets schaut euch einmal diese walzen an ich bin ganz froh dass die dinger schon aufgezogen waren und werde auf jeden fall auch keinen versuch unternehmen diese walzen hier abzuziehen was für geile reifen sind das denn bitte und wir haben ja auch diesen wunderschönen motor den wir jetzt hier aber gar nicht mehr bestauren können hier hat sich mega auch eine schöne lösung ausgedacht aber nicht die die man erwarten würde dass man eine klappbare motorhaube hat das hat man ja auch bei dem echten vorbild nicht sondern man nimmt dort die motorhaube komplett mit den radkästen ab und hier ist so viel liebe drin ich habe es ja jetzt schon öfter betont dass es hier eben auch so umgesetzt ist und wir die motorhaube hier nur auf zwei noppen befestigt haben sie hält wenn man nicht komplett dran zieht gut sie ist auch immer wirklich passgenau eingesetzt und wir können sie abnehmen um uns den motor anzuschauen und nochmal diese mega geilen reifen also ist meines achtens wirklich unfassbar wie wunder wunderschön dieses set gemacht wurde dasselbe gilt auch für mich für den innenraum und auch hier man kann das dach abnehmen um den innenraum zu bestaunen dann sehen wir auch wir haben hier zwei große formteile einmal die frontscheibe und die heckscheibe das ist ein formteil das kommt zusammengebaut man muss das also nicht ineinander pressen und klar man kann jetzt kritisieren dass es mit formteilen und nicht brick build gelöst wurde aber mir fällt keine variante ein wie dieses fahrzeug nur annähernd so schön geworden wäre wenn sie es eben nicht mit dem formteil gemacht hätten und das spricht meiner meinung nach wieder für mega dass sie extra für dieses fahrzeug dieses formteil herstellen genauso wie die reifen um dieses legendäre fahrzeug einfach hier wirklich bestmöglich aussehen zu lassen auch der blick von hinten auf den brick build käfig ein absolutes highlight dieses set also ihr merkt schon an diesem set ist für mich einfach alles irgendwo ein highlight dieses set ist wirklich und das nicht nur vom hersteller mega und natürlich haben wir hier kein spiel set die reifen laufen zwar aber sie laufen jetzt nicht besonders angenehm aber wir haben ja auch keine anderen funktionen sondern dieses set ist zum ausstellen gemacht und zum ausstellen hätte ich mir dieses fahrzeug nicht schöner umgesetzt vorstellen können ich weiß ehrlich gesagt nicht wann ich das letzte mal so bei einem set ins schwärmen gekommen bin die anleitung ist wirklich eindeutig ich mag die farb codierung sehr ich finde die baulichen lösungen sehr ich finde die spezialteile die hier reingebracht wurden sehr sehr gut wie zum beispiel hier vorne haben wir so eine ich nenne es mal erhabene dreierfliese damit wir so eine art slope haben das teil ist auch kein standardteil aber passt perfekt zur form dieses audis hier wurde einfach bei jeder ecke die extra meile gegangen um dem legendären vorbild hier irgendwo tribut zu zollen und wir brauchen nicht darüber reden zahlen datenfakten mäßig dass natürlich beim fahrzeug in der größenordnung mit 973 teilen 90 euro kein schnäppchenpreis ist was dieses set eigentlich am anfang immer gekostet hat auch 70 euro sind da jetzt kein riesen schnäppchenpreis auf den ersten blick dafür bekommt man es aber wirklich regelmäßig in den shops es kann ja jetzt nicht jeder davon ausgehen dass er dieses set wie ich für 55 euro in einem super sale bekommt aber ich sage euch ganz ehrlich mit dieser liebe zum detail diesem detail grad dieser masse an print den extra dafür angefertigten formteilen und so weiter und so fort wir haben jetzt wirklich lang und breit darüber gesprochen warum meiner meinung nach dieses set im autobereich wahrscheinlich das schönste ist was ich jemals gebaut habe rein aussehensmäßig dann ist dieser preis von 70 bis 90 euro auf jeden fall gerechtfertigt und das hier ist ohne zu relativieren ein muss für jeden audi fan ach ich liebe es wenn ich über ein set zu schwärmen kann und mich nicht hier hinstellen muss und irgendetwas in grund und boden rede weil es mir gar nicht gefallen hat das kann gerne öfter vorkommen dass ich mit sets so viel spaß habe wie mit diesem set im schwärmen fast vergessen auch diese menge an ersatzteilen haben wir noch dabei wenn ihr natürlich dieses set selber sitzt dann schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und daumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick